ein wunderschönen guten morgen wünsche ich euch ich bin jetzt gerade unterwegs zum treffpunkt weil ich heute eine tour mache das war zu den milford sounds das sind eben diese fjorde fjordlandschaft oder irgendwie sowas und ich mache es eben mit natur von queenstown aus weil eine strecke vier stunden ist und extra selber dahin fahren vier stunden die bootfahrt machen und dann wieder zurückfahren das hätte sich nicht ganz ausgezahlt weil es erstens mit natur billiger kommt eben als wenn ich selber fahre weil einfach tanken so teuer ist hier beziehungsweise muss ich da nicht selber fahren weil es hatte gestern immer so eine 0 grad ja und ich habe im auto nur sommerreifen drauf habe und die auch nicht mehr die besten sind mache ich es eben mit natur die fährt halt jetzt schon 7 uhr los und kommen erst um ja kurz vor 8 uhr abends an also wird ein langer tag das für nur zwei stunden bootfahrt das ist nicht nur acht stunden im bus es hat jetzt anscheinend gerade minus 2 grad also geht es eigentlich voll völlig in ordnung und ja bis nachher und anscheinend haben nur fünf prozent der leute die hier hinkommen so ein wetter sonnig und windstill das ist der wahnsinn und für später habe ich mich gerade für was eingetragen was verrücktes was teures aber ja das ist so eine einmal in lebenschance wahrscheinlich und das werdet ihr dann später sehen was ich dann mache jetzt geht es erstmal raus in den fjord oder auf den fjord von vor von championships und hin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020